Hallo und herzlich willkommen bei ReddogGamble. Ich bin natürlich auf die Art nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Viel Spaß. Und dann starten wir mal das Spiel. Da sind wir. Erstmal die Monsterkillen, die hier angelaufen kommen. Oh, bei mir ist alles voll. Da ist doch einer, da ist einer. Ich habe gar keinen Sound. So, dann holen wir uns erstmal unsere kostenlosen Kisten ab. Heute gibt es leider nur Gold. Und dann muss ich mal Training. Ach, mein neuer legendärer Held ist da. Einmal wechseln und weiter geht's mit Trainieren. Und hier habe ich eine Waffe zum Zerstören. Zerlegen. Okay. Mal zwei Bonus habe ich drin. Läuft noch 13,5 Stunden. Kann ich den jetzt zerstören? Gut. Haben wir hier noch paar Waffen, die wir ablegen können. Auf 8. Der ist bestimmt bald weg. Rani, Rani kriegt dann das Gewehr. Obwohl die Schrottflinte gut ist. Naja. Deswegen habe ich sie auch schon mit einem Zusatzlevel versehen. Hier unten war alles ganz schön teuer. 7 plus 1 der Welt. 11. 9. Ich muss was aufwerten, damit ich meine Ressourcen hier loswerde. 9. 10. 11. Kann ich den hier beschmeißen. Fangen wir mal mit den hier an. Verbesser an. Okay. Ach, schon wieder fast vorhin. Gibt's doch nicht. So, ein Mist. Ähm. Okay. Dann gehen wir an die Dailies. Ja. Ich habe es gestern gespielt. Deswegen habe ich keine Dailies heute. Dann machen wir was anderes. Ich muss Kapitel 9 noch fertig spielen. Schwierigkeit 11. Blenden. Müssen wir mal verbessern hier. Hat er vorher gehabt. Dann hieß es sich so eine andere Waffe anlegen, weil die besser ist. Dann habe ich die angelegt. Da war gestern Ruhe und heute meckert er wiederum, dass die andere doch besser ist. Na ja. Was soll's. So. Ich weiß leider nicht, wie die Quests aussehen, die ich kriege. Nehmen wir einmal Roni. Und Bill oder Sally. Sally macht ein bisschen mehr Schaden. Start mal. Okay. Ich stelle erst mal dahin. Okay. Ich glaube, ich werde gleich schießen, weil ich gerade nicht geschossen habe. Ich bin schon wieder da. 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 Ich werde das mal kaputt. Warum ist das nicht gut für Schützen? Oh, oh! Oh. Also da ist einer und ist dann noch und da ist ein anderer. Die da auch keinen Charme kriegen. Okay. Noch zwei Runden. Oh. Ich mach mal oben zu, damit hier keine Zombies reinkommen. Okay, zwei kommen da lang. Okay. 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 Ah, Mist. Ah, ich bin wieder Sally erwischt. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ah, nächste Runde kommen schon wieder Zombies. Nein. Okay. Ich setze die Sally hier rein. Ich schieße es einmal alle daumen. Ah, da sind auch keine mehr. Gott sei Dank. Schnell durchlaufen. Schnell durchlaufen. Schnell durchlaufen. Ich brauche das nicht mehr. Schon voll? Ach, super. Guck mal, wenn ich das nicht brauche, kommt das nur noch. Brauche ich es? Dann kommt es nicht. Aber wenn ich es nicht brauche, ist es da. Okay, die sind verletzt. Lieber ein Hell nehme ich erstmal nicht mit. Suche ich einen anderen Weg. Nur ihn hier. Sally ist raus. Der trainiert gerade noch schön. Und hier noch. Unser Tank. Ich schau. Ja. Ich schau. Ich schau. So, wenn ich jetzt das schieße, als Verteidigung, dann kommen keine Zombies dazu. Aber wenn ich selber schieße, dann kommt immer eine von mir. Warum schießen lieber nicht da? Ach, geht doch. Ich glaube, ich sollte den mal da hinstellen. Und ihn dahin stehen. Okay. 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 Das war's für heute. Ja, 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 ja. Was ist das? Ah, jetzt sind die beschäftigt, das ist gut. Ich kann ihn nicht steuern. Ok, das heißt, wenn du meine Spassend. Genau, das brauchen wir. Ok, eine Waffe auch gut. Drei Sterne wäre besser gewesen, aber zwei ist auch ok. Zum Verkaufen ist das ok. Ok, jetzt kommt... Oh, ich kann hier wieder was weg sehen. Ok. Außenposten, die wir jetzt noch verletzt. Nämlich Tiffany, Jolanda, Jakob ist stärker. Ich glaube, ich nehme Jakob wieder. Nur zwei Stück. Das heißt, ich bekomme was Neues dazu. Einen neuen Charakter. Ja. Wunder. Oh, muss er normal sein. Da kann ich hinlaufen. Da kann ich hinlaufen. Ah, ich bekomme Hector. Oh. 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 Das war's für heute. ok das war es so schnell es geht zurücklaufen steht er da in den Wagen drinnen? mal ausprobieren läuft fertig noch einen angeschlagen ist ok mein neuer Stufe 11 das ist doch nice annehmen habe ich auch Platz gehabt? ja doch ich habe Platz gehabt meine neue Klasse jetzt habe ich alle Klassen freigespielt die habe ich es auch schon die ganze Zeit gehabt aber egal jetzt habe ich es auch an offiziell diese Klasse gut nochmal alles einsammeln die Zombies hier killen essen einsammeln kann ich etwas aufwerten zu wenig essen leider hier wird noch alles da sind noch ein paar verletzte drin zwei stupe drei vier fünf sechs wir können Hector mal ausbilden das heißt ausbilden ähm verbessern das sieht doch schon mal das sieht doch schon mal nice aus zack das macht da wenigstens 473 Schaden Platz habe ich noch Platz habe ich noch einen Platz habe ich noch für den Helm schauen wir uns mal an die Rüstung zerlegen dann jetzt nicht weil sowieso alles voll ist bringt nichts ich bin lieber die Rüstung auf fürs nächste mal aber sonst also hier habe ich drei Leute von dann werden die wahrscheinlich bis später loswerden zwei 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 vier zwei 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 oder schlösses Loch da ich glaube ich müsste hier von einem loswerden was meinen die hier eigentlich mit 2 2 2 4 1 hm das ist eine Außenposten meine Elite davon muss auch eine Außenposten sein nein ist auch nicht Außenposten Außenposten Ach und der hier Ramon ich muss Ramon tauschen gehen Ron Ron oder gegen Frederik dass meine starken Leute meine Basis verteidigen wie komme ich dahin wie war das Außenposten was ist das Außenposten genau verändern direkt ach geht nicht ja ist gerade ein Training 4 5 aber das wäre andere dran ja gut dann werde ich nächstes mal Ramon auswechseln Verteidigung verloren Verteidigung verloren Verteidigung verloren 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 ich verliere aber oft kann sich das anschauen er hätte mit 12 zu mit 12 angegriffen kein Wunder dass ich verloren habe 3 13 und alle auf blau und alle auf blau 3 Sterne 2 Sterne 4 Sterne Gold ist 5 Sterne 5 Sterne 1 Sterne 1 Sterne 2 Sterne 2 Sterne 4 Sterne 4 Sterne aber alles 12er achja und der macht nur Menarkämpfer hier auf welchem Platz bin ich eigentlich auf welchem Platz bin ich eigentlich ich bin Silber Strecke weiß 28 meine Strecke 1140 Saison 1140 weltweit schein das hier nicht steht wo ich bin Lokal ein bisschen Weltrad ein bisschen Lokal also das ist wahrscheinlich die vorwiegeliga und das ist die jetzige Liga ich mach mal einen Überfall mit 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 ok oder ihr der Held nicht es gibt aber nur einen Heldenkampf so mach mal so Level 10 ach das müssen wir locker locker weggehen das werden wir einstellen einfach so 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 10 Ah! Hippi, noch zur Kiste drin, dann hab ich gewonnen. Nice. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, auf welchem Platz ich bin. Ich bin in der Silberliga, das weiß ich. Was kommt nach der Silberliga? Das weiß ich leider nicht. Naja, egal. Ich würd mal sagen, das war's dann für heute. Schau mir nicht mehr da. Hier kann ich kein Gebäude aufwerten. Wenn ein Gebäude aufzuwerten ist, sind hier nur zwei grüne Pfeile, die nach oben zeigen. Aber ist ja nix. Also, fertig. Verlassen. Und dann sag ich mal Dankeschön für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn da mal nichts mehr dabei seid. Da wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.